So, hi Leute und willkommen zu einem App-Review. Heute mal wieder. Und zwar ist es heute... Was ist denn denn heute? Was machen wir denn mal? Wir machen mal Angry Birds. Das mittlerweile meistgekaufte... Okay, ich darf nicht so vollart sein. Das oftgekaufte iPod-Spiel und mittlerweile auch für... Hallo? Wartet mal kurz. So, nun sind wir auch wieder da. Mein iPod hat sich gerade aufgehängt. So, hier wieder mein cooler grauer Fleck, mein Markenzeichen. Dann geht es jetzt aber auch gleich weiter. Wer Angry Birds nicht kennen sollte... Ich zeige das mal kurz. Also, wir machen jetzt mal hier. Es gibt diese grünen Schweinchen. Diese und diese Stäbchen. Gleich dazu mehr. Ihr müsst versuchen, diese kaputt zu machen. Also, ihr müsst die alle eliminieren, sozusagen. Und dann gibt es noch hier oben, das habe ich mir extra für dieses Video gekauft, ein Special. Dann habt ihr hier so eine Blechdose. Die zieht ihr. Und jetzt kommt's. Wamm! Das ist das Special an Angry Birds. Und es gibt vier verschiedene. Fünf. Es gibt ein gelbes Dreieck-Hühnchen. Das ist ein Boomerang. Es gibt den Schwarzen, das explodiert. Und dann gibt's noch das Blaue, was wir eben hatten. Das wird... Drei... Und die Hühnchen, genau, die schießen noch. Ich zeig das gerade nochmal. Ich mach hier einfach mal ein bisschen. Und... Und... Miau... Ich muss doch immer warten. Okay, da ist jetzt nichts bei... Nein! Fail. Fail, fail, fail. Ach, genau, der macht Speed. Okay, hab ich verwechselt. Peng! Okay, leider nichts geschafft. Ich nehm mal die Blechdose. Jetzt geh ich hier mit null Punkten nach Hause und das wollen wir ja nicht. Bam! Hm... Ja... Das soll jetzt eigentlich auch schon... Ach nee, ich hab was vergessen. Wartet mal. Und zwar gibt es... Ihr bekommt immer so Superlevel. Und zwar sind das die Golden Eggs. Und das sind richtig, richtig coole Superlevel. Die machen richtig Spaß. Wie ihr seht hier... Ich zeig das mal kurz. Da geht jetzt die Kugel, wo ist es da? Bam, bam. Ich mach mal den Finger weg. Dieses... Diese Superlevel machen echt so einen riesen Spaß. Sie anzugucken und auch einfach zu sehen, wie viel... Es ist einfach geil und lustig. Ähm... Und zwar... Im Laufe der Zeit findet ihr so Schatzdrohnen. Und wenn da so ein goldenes Ei ist, müsst ihr möglichst da mit so einem... Mit so einem Hühnchen hinkommen. Damit ihr das dann bekommt. Bam, bam, bam. Bam. Und alle tot. Jo, soviel zu diesem App Angry Birds. Warum wackelt denn das so? Okay. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis demnächst, Leute. Ciao. 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 Ciao.